Wärst du sauer, wenn ich sag, ich hab dein schwarzes Schaf umgebracht? Wir können ja Neues machen später. Komm jetzt erstmal mit hier. So, gehen wir wieder hoch, wa? Ich sag mal, dann haben wir für die Farm erstmal wieder einiges gerissen in der Aufnahme, wenn wir dann mit dem Ferienhaus erstmal soweit fertig sind. Warte, will ich hier oben. Ähm, ja, von daher ist dann, von daher ist dann, so. Ein schöner Teppich, ein schöner Vorleger, so. Jetzt überlege ich, was kann man hier noch so schönes anstellen? Licht. Ja, ne? Aber dazu nehmen wir ganz normale Fackeln. Äh, ich sagte, dazu nehmen wir ganz normale Fackeln. So, und die bringen wir jetzt ganz gezielt an. Zum Beispiel... Hier. Und dort, und dort, und dort, und dort. Ach ja, er sagte schon dort und dort. So, sind glaube ich genug, oder? Nee, die sieht doof aus. Nee, die sieht doof aus. Das lassen wir lieber. So, wo noch? Ich hätte halt gern hier überall ein paar Bilder immer. Aber ich weiß nicht, ob sich jetzt hier ein Empfang lohnt. Hier rein. Hm, hier rein. Also, an sich mache ich hier erstmal eine Schuhablage. Hier können die Gäste dann ihre Schuhe hinstellen. Ganz wie sie lustig und tralala sind, ne? Hier hätte ich gern dann... So. Siehste? Findet doch seine Verwendung. Da lalala 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 lalala. So. Da können wir ja... Moment. Haben wir Leder? Also, wie viel Leder haben wir denn? Ich komme gleich nochmal mit. Weil ich gern noch eine weiße Wolle hätte. Ah ja. Also, die Hühner sind echt... Die sind richtig Laser. Nur genauso wie euer Let's Play Vorbild Gronkh wünsche ich mir, dass man irgendwann mal was mit den Eiern richtig produktiv anstellen kann. Weil im Moment ist das doch Piss. Man hat die einfach da und kann an sich trotzdem nicht viel damit anfangen. So, du mit S. Wir hätten Leder an... Fast gar nichts, oder? Reizen. Reicht. Mitbringen, bitte. Alter. Alter. Das dient jetzt echt bloß zur Deko und fürs Detail. Also, da ist... Wie viel Gold haben wir? Einen halben Stack Barren. Mitbringen, bitte. Das ist ganz schön, Gold. Ja, ja. Und dann möchte ich halt hier so eine Art Rezeption hinmachen. Wo man sich dann seine Informationen und alles holen kann. Nur, da stört dann der Schuhschrank schon wieder. Den machen wir dann doch mal lieber auf die andere Seite. Warte. Dann... Moment. Ach, Axt habe ich doch nur Kralle. Ich bin doch auch schon blind, bin ich. Danke. Ich habe sowieso keinen Platz im Inventar, du Affe. Warte. Ich muss erst mal den Schuhschrank hier hinstellen. Das ist ja nicht gerade so, als hätte ich zu wenig Items. Aber ich habe halt immer eine Menge Ramsch dabei. Das ist mein Problem. Oh, ich habe gerade auswesend die Aufnahme abgebrochen. Blöd. So. Und hier machen wir dann die nette Empfangsdame hin. Oder was machen wir dort für ein Zeug, für ein Material? Ach, komm. Ist es obblöd, wenn das schon die Decke ist. Machen wir mal Gremeln. Oder Dealen. Kommt auch gut. Lila. Auch toll. Ja, dann machen wir jetzt nochmal das hier. Das ist wenigstens dieses Standard-Zeugs. So. Machen wir hier schön. Nee, ich habe doch... Kalle, sag doch auch mal was. Haben wir doch nicht umsonst das Gold geben lassen. Mensch. Bist du unproduktiv. Aber ich sage es gleich, ich werde im Bau pfuschen. Wo habe ich jetzt meine Schere? Ach ja. Was ist denn los? Irgendwas stimmt mit mir nicht. So, dafür habe ich nämlich jetzt die Goldbahn gebraucht. Da die ja sonst für kaum was zu gebrauchen sind, ne? Bist du sie zu Goldpläcke fertigen? Oder? Jupp. Bling, bling. Teures Bling, bling, aber... Ist das Goldblock? Jupp, ist es. So. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus bei mir. Tja. Das sieht bei mir aus wie Sandstein. Ich hasse, dass ich immer wieder auf F5 komme. Ach ja, Crafting-Table. Crafting-Table. So, und... Ach nee, müsste ich noch eine Kiste haben? Jo. Muss ich eine extra Crafting. Ne, bereits jetzt schon wieder über eine Stunde auf. Ernsthaft? Ja. Ja, wir sind's halt, ne? Aber ich darf's denn hier, ich glaub's eher nicht. Nein. Aber das glaube ich gut und gern, dass wir jetzt schon über eine Stunde aufnehmen. Also... Ist ja auch nicht so, als hätte ich jetzt schon einen Pappmaul oder sowas. Eine Stunde 15. Circa. Krank. Ähm. Und weil das so krank ist, mach ich jetzt einfach mal das hier schnell. So quasi als kleine Arbeitsarbeit. So, und da kann man dann hier schön alles bearbeiten und dann sagen... Oh, hier Abend. Hier holen wir einen Check. Schön. Ach ja, da kann ich ja... Äh, hä. Das war doch jetzt bestimmt das Ende, oder? Nee. Das ist gut. Und jetzt... Oh. Geht. Geht. Ich hab grad hier die zwei Dinger weggerumpft, also es geht. Das auch weg, das auch weg. So. Und dann noch die zwei. Äh. Äh, doof und so. Oh, jetzt ist natürlich abgefallen. Gott, hier hängen dann nämlich immer die Schlüssel drin. Wenn man die Fantasie so halbweit haben darf. Nehme ich an, dass man das darf. Na, komm jetzt her, hier. Jo, so. Gut, sieht das denn so weit annehmbar aus. Na, aber selbst verfreilich. Aber... Aber... Aber Ordnung muss sein, weil der Sachse das so gesagt hat. Sachse ist sogar keine schlechte Sprache. Bloß ein bisschen gewähnungsbedarftisch. So. So. Weil der Ordnung sein muss, haben wir das jetzt so gemacht. Und da gucken wir mal. Und hängen jetzt noch im Haus die Gordinen auf. Weil wegen der Fliechen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was er mit Fliegen zu tun hat, aber schwer schon recht haben. Oder meinst du nicht, Golle? Miep. Ich hab dir aber Fragen gestellt. Miep. Wir haben wenigstens noch die schwarze Wolle von einem Schaf. Verarbeite ich jetzt zu Bildern. So. Ich mach einfach mal wahllos überall Stickys hin. Ja, so. Na, 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 na. So, zack, zack. Zack, zack. Zack. So. Dann hauen wir das dort rein. Dann hauen wir das da rein. Und da hauen wir das da rein. Wir freuen uns, dass wir einen Stick haben. Und dass wir zehn Bilder zur Verfügung haben. So. Natürlich können wir an die keine Gardinen hängen. Man bräuchte so einen Bildermod. Liebes Team von Minecraft. Bitte. Integriert eine Funktion. In der ich ganz einfach. Ganz easy. Ohne Probleme. Mein Bild aussuchen kann. Denn das hier ist definitiver Sackgang. Ist ja nicht so alt. Hätte ich gerade das Bild gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch Popcorn und sowas bereitgestellt, damit ihr nicht verhungern müsst. Das wird jetzt eine ziemliche Durststrecke hier. Kacke. Kacke. Das ist ja nicht so alt. ich glaube an die knusprige seite der macht und an das glück was mich auffüllen sollte wenn ich erst mal gefunden habe was ich gerne haben möchte ich habe mich so probiert zu auffassen welcher ist alle auf rechtskrieg reagieren naja das letzte waren die Eier hey München chicken ich sollte mich mehr konzentrieren so Leute ne also ich wünsche euch noch viel Spaß beim Let's Play gucken da oben hängt ein Bild was hier irgendwie vorbei gelaufen ist ungefähr so groß ich weiß doch Hähnchen dort packt ein Bild in der Wand ich will mein Bild zurück wo ist es hin das Ding gibt nicht mal ein richtiges Hähnchen würde ich dir wenn du's bis Uni geben ich will doch nur einen Bild Generator so in etwa genau das kotzt mich doch so an dieses dreckiges Spiel sag mal Jungs langsam langsam drehe ich und ich raste Kalle wie viele Bilder hast du schon von mir aufgesammelt Null guck mal bitte draußen draußen irgendwelche liegen natürlich nur ein Vorwand um dich loszuwerden äh das gelten hi boah ey endlich ich glaub ich wär uns jetzt hier schwer über Tische und Bänke gesprungen wäre ich jetzt du hast dich verkehrt geschlagen Konkurrent ich würde doch einfach nur bestimmen können welches Bild ich aufhänge dieses Geklicke geht mir auf den Sack schau mal wo sind meine Bilder hin Alter ich würde doch jetzt nur jetzt reicht's jetzt mach ich hier kurz einen Prozess na mit was machen wir denn am besten kurzen Prozess mit dem hier so tja sehr viel Auswahl haben wir ja dann nun nicht mehr ne nie okay gut gut ja ich